Mit fast 62% Ja-Stimmen hat die Stimmbevölkerung letztes Jahr einer Verfassungsänderung klar zugestimmt. Wie die Präimplantationsdiagnostik in der Schweiz konkret durchgeführt werden darf, regelt das Fortpflanzungsmedizingesetz. Weil dagegen das Referendum ergriffen wurde, stimmen wir am 5. Juni über dieses Gesetz ab. Die Präimplantationsdiagnostik, kurz PID, ist ein medizinisches Verfahren. Wie funktioniert das? Ein Beispiel? Ein Paar wünscht sich ein Kind. Der Mann weiss, dass er in seinen Genen eine schwere Erbkrankheit trägt. Das Paar möchte nicht, dass ihr Kind von dieser Krankheit betroffen ist. Es lässt deshalb Embryonen im Labor künstlich befruchten. Ein Arzt oder eine Ärztin untersucht die Embryonen und wählt einen Embryo aus, der die Erbkrankheit nicht aufweist. Anschliessend wird der Embryo der Frau in die Gebärmutter eingesetzt. Die Gegnerinnen und Gegner kritisieren mehrere Punkte. Die Anzahl der Embryonen, die entwickelt werden dürfen, sei zu gross und die Selektion gehe zu weit. Sie befürchten, dass das Gesetz der erste Schritt ist hin zu einer schrankenlosen Fortpflanzungsmedizin. Und sie warnen davor, dass Menschen mit Behinderung diskriminiert werden könnten. Das Gesetz lässt die PID nur in zwei Fällen zu. Erstens bei Paaren, die Träger einer schweren Erbkrankheit sind. Zweitens steht die PID auch Paaren offen, die auf natürlichem Weg keine Kinder bekommen können. Viele dieser Paare haben schon mehrere Fehlgeburten erlebt. Der Bund schätzt, dass sich jährlich rund 500 Paare für eine PID entscheiden würden. Jedes Paar entscheidet selber, ob es eine PID in Anspruch nehmen will und bezahlt die Untersuchung auch selbst. Die Grenzen der PID sind klar gezogen. Embryonen dürfen weiterhin nicht aufgrund ihres Geschlechts oder anderer Körpermerkmale wie der Augenfarbe ausgewählt werden. Ebenfalls verboten bleibt es, ein Kind zu zeugen, das einem schwer kranken Geschwister als Stammzellenspender dienen kann. Die PID ist seit mehr als 20 Jahren ein erprobtes medizinisches Verfahren und in vielen europäischen Ländern zugelassen. Heute reisen Paare, die sich für eine PID entscheiden, dafür ins Ausland, etwa nach Spanien, Belgien oder in die Niederlande. Die Präimplantationsdiagnostik hilft, die Übertragung einer schweren genetischen Krankheit von den Eltern auf das Kind zu verhindern oder eine Schwangerschaft ohne Komplikationen zu ermöglichen. Bundesrat und Parlament empfehlen deshalb, die Gesetzesänderung anzunehmen. Bundesrat 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 Untertitelung des ZDF, 2020